Wir sind heute zu Besuch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Adelwang, wo wir die Rübenaussaat begleiten. Als wir am Feld angekommen sind, war das Gespann bereits unterwegs. Auf dem Traktor sitzt Stefan, der für eine Firma unterwegs ist, die sich auf die Rübenaussaat spezialisiert hat. Zu sehen ist ein steiler Expert-CVD, der zur Saison neu angeschafft wurde. Angehängt ist eine Unicorn-Einzelkornseemaschine von Quernerland. Mit zwölf Serien hat die Seemaschine die passende Größe für die langwirtschaftlichen Gegebenheiten in dieser Gegend. Wenn ihr Fragen zum Gespann und zur Aussaat habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also, was ich zum Gespann. Wie ich meine, wie ich wahrscheinlich einige Geräusche ist, Ich bin her. Also, das ist ein Gemüse. Wie ich Manyak-Senspiel für diese Handwerke. Ich bin mir immer eher einfach. Ich bin mir immer sehr, mit mir schmerzen. Ich bin mir immer sehr, mit mir genfern. Ich bin mir immer besser. Ich bin ja nicht scrutin. Es ist mir immer sehr, mit mir sehr viel, mit mir so gut verarscht. Ich bin mir immer mehr, weil wir noch nicht schön. Ich bin mir unsere Liebe Zuseher, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keines unserer neuen Videos. Bis zum nächsten Mal, euer landwirtschaftliche Maschinen im Einsatz Team.